Ja und damit herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed Underground 2 Let's Play Nummer 3 Ja, nicht das dritte Let's Play, sondern die Folge 3 Ja, meine ich doch, aber diesmal Diesmal sind wir an einer komplett anderen Stelle, denn wir haben jetzt schon zweimal die dritte Folge aufgenommen Aber leider durch einen technischen Fehler ist die Datei für die Stimme verloren gegangen HÄH TOBIAS Oh Mann, warum? Ja und jetzt, es tut uns sehr leid Ihr habt das Drag- und das Drift-Rennen verpasst, aber wenn ihr das verpasst habt, könnt ihr euch einfach auf YouTube angucken, wie das so aussieht Vielleicht werden wir sogar einen neuen Spielstand machen, wo wir Ihr werdet es dann vielleicht in einem Special sehen mit allen verloren gegangenen Rennen Die wir dann nochmal machen, oder? Aber nicht heute, die werden wir dann am Ende des Let's Plays mit allen Rennen nochmal in Richtung klappen Oder wir machen einfach ein Let's Play Ja komm, drück den weg, der ist einfach Also wir machen einfach ein Let's Play, zum Beispiel Let's Play Nummer 100 und dann, äh, ja, neuer... Special Neuer, 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 neues Ding oder so Erklär mir mal ein bisschen, was ich machen muss Ja, du musst einfach nur... Nein! Was ist das für ein Rennen? Ein Street-X-Rennen. Das heißt, ein bisschen Cross-Rennen. Würde man es im Motorsport. Das heißt, so ein bisschen um die Kurven und... ...steile Kurven... äh, steile. Ja, steile Kurven. Ich überfahre die Nude jetzt. Geil! Warte, ich mach meinen Ton leiser, sonst hört ihr bei uns auf der Sprachaufnahme auch so. Ey, Junge! Hau ab, ey! Guck einfach um die Kurve und du merkst gleich, die Kurve ist ziemlich klein. Naja, aber es gibt kleine, wirklich. Also ich muss immer so weit wie möglich links oder rechts fahren, also nie in der Mitte. Ich kenn mich damit schon ein bisschen aus. Außerdem, wir laden gerade die zweite Folge hoch. Wir haben Samstag, den 22. September. Nur so. Und, nur mal so als kleine Info. Heute spielt Bayern gegen Schalke, ja! Ja! Und da ich als live Eintracht-Fan bin, bin ich natürlich stolz, dass mein Eintracht immerhin gewonnen hat. Aber... 2-1! Hätte nicht sein müssen, dass eine Gegentor... Ich hab 2-0 getippt und jetzt... Och man, mein ganzes Geld! Und nochmal so, nochmal Info, Tobi, ich hab dir ja gesagt, wir laden gerade das zweite Let's Frame hinterfohlen, hab ich dir gesagt. Mhm. Es ist dumm, es zu laden, weil ja vielleicht es langsamer sein kann. Und was passiert jetzt gerade? Es läuft schneller. Naja, jetzt hat's... Eben hat's doch schon ein bisschen gehankt. Aber jetzt läuft's schneller. Jetzt sind wir bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 18 FPS. Was sagst du jetzt, Dominik? Ja, genau! Was machst du da bei unserem Let's Play Nummer 1? Es war das erste Let's Play... Erste Folge! Die erste Folge, das erste Let's Play... Genau! Und... Und... Ja, schnell! Die erste Folge, das erste Let's Play... Und wir haben sogar in den Kommentaren geschrieben, maut uns nicht an, wenn wir was falsch haben. Und jetzt... Was sagst du jetzt?! Ey, ey, ey! Hier nicht... Unsere Nachbarn klingeln bestimmt gleich wieder an der... Also meine Nachbarn. Der wohnt ja nicht hier. Zurück zum Explore Modus und am besten noch... Speichern! Speichern! Ich muss sagen, ich... Bin Fan von zwei Clubs. Ja, hier, tschüss! Und zwar... Ach, du hast das erste Level geschafft! Warte! Die Sequenz! Gucken wir uns noch an! Erster Level oder Tag? Erster Tag, ja, Level... JA! Hey! Chillermusik! Ja! Pare! Ich will abgehen! Jetzt feiern wir! PANIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIXS! Lasst die Musik auf euch wirken... Oh, die heiße Lütte steht da wieder! Ah, hpscht, Ruhe! Übrigens mussten wir alle seine Pornos löschen, aber... OHHHHH! Ach was, du hast die gelöscht?! Ja, die waren leider unter dem Download verzeichnet. Habe ich für mein Bruder freigehalten. Junge! Junge, was muss ich jetzt hier... Musst ihr alle lesen? Nein, musst du nicht. Löschen! Aber das ist Bacon Hill, die kannst du dir durchlassen. Hey, ich hör gerade auf den Funk, dass die Straße nach Bacon Hill jetzt frei sein soll. Da gehen bestimmt bald die ersten Rennen. Fahr mal hin und fordere dein Glück heraus. Da geht's voll ab, Mann. Ja, du kannst jetzt auf diese scheiß Mini-Karte und siehst, ein neues Gebiet ist freigeschaltet. Aber warum ist die Straße dann so grau? Weiß ich nicht. Das ist der Stadtkern, das Bacon Hill. Du siehst aber auch beim Stadtkern Bacon Hill. Rundkurs. Wir versuchen, nein, ich war da hinten hin. Ich will, was ist das jetzt? Es müsste ein Trackrennen sein. Ja, das hab ich doch eben gemacht, oder? Ja, das haben wir in der verloren gegangenen 12 Minuten Aufnahme. Ach stimmt. Aber gut, dass ihr das nicht gesehen habt, weil wir haben krampfhaft bestimmt siebenmal versucht, das Rennen zu gewinnen. Nein, das war nur fünfmal, aber wir machen das wieder so, wie das war. Ja, wir versprechen gerade was. Wir machen das wieder zwei nicht ganz gut, zu wenigsten Seite von Ende. Das haben wir überhaupt gesagt. Ja, und ich... Hast du schon gehört? Warum werden Sie im Unterbrochen? Solltest du mal abchecken. Bis nachher. Ja, bis nachher. Muss ich dazu sagen, ich bin Fans von zwei Mannschaften. Etwas Eintracht. Hab mich gestern natürlich gefreut. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Und natürlich dem FC Bayern München. Bitte keine Hater-Kommentare. Ich weiß, ihr hasst alle Bayern. Aber tja, habt ihr halt Pech gehabt. Oh, tschüss, Alter. Und deshalb finde ich diese Tabelle gerade richtig geil. Und? Hä, Junge, hast du's jetzt bald mal da wie, ey? Hast du's jetzt bald? Übrigens, ich bin, falls ihr wissen wollt, ja, ich bin der Marcel, ja. Und, ähm, ja, ich bin, ich bin Junge. Jetzt hab ich's Mikrofon kaputt gemacht. Leg's hin. Ich... Oh, kannst du nicht jetzt mal entscheiden, du Pfeil? Perfakt der Scheißpfeil. Scheißpfeil. 20 Euro.